Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Masia Egani und ich bin von der Skillbyte. Ich möchte heute über das Thema LLM-Parameter sprechen. Im Internet und in Medien tauchen immer wieder Begriffe, Namen von Large Language Modellen auf, mit hinten einer Zahl unter Buchstaben B. Links, das ist der Name des Large Language Modells, wie zum Beispiel Mistral, Lama, Falcon und rechts die Zahl mit dem B sind die Anzahl der Parameter. B steht für Billions, also auf Deutsch Milliarden. Ein Falcon 180 B bedeutet also, dieses Large Language Modell hat 180 Milliarden Parameter. Nun, was bedeuten diese Zahlen denn genau? Was heißt es, so und so viele Parameter zu haben? Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Ein Large Language Modell ist im Prinzip nichts anderes als ein neuronales Netzwerk, was ich hier mal schematisch dargestellt habe. Diese neuronalen Netzwerke erwarten als Eingabe eine Zahlenreihe oder Zahlenreihen. Das heißt, sie verstehen nicht ad hoc Text, Bilder, Videos, die müssen zuerst konvertiert werden in diese Zahlenreihen. Darauf gehen wir aber jetzt nicht ein, weil das eine Wissenschaft für sich ist. In diesem Beispiel gehen wir davon mal aus, dass wir einen Text haben, der jetzt schon in so einer Zahlenreihe in einen Vektor konvertiert worden ist. Diese Vektoren dienen als Eingabeparameter für das neuronale Netzwerk. Hier diese Eingabeschicht durch die gelben Neuronen dargestellt. 0,1, minus 0,2 und 0,91. Jedes dieser Neuronen bekommt nun ein Gewicht zugewiesen. Das ist eine Zahl meistens um 0 herum, kleine Zahlen um 0 herum, positiv oder negativ. Alle Eingangsneuronen für die Ausgabeschicht bekommen also so ein Gewicht. In diesem Beispiel Neuron 1, minus 0,4, Neuron 2, 0,22 und Neuron 3, 0,6. Diese Gewichte, die werden zuerst zufällig, rein zufällig initialisiert. Und das ist der Initialzustand des neuronalen Netzwerks. Und während der Lernphase des Netzwerks werden diese Gewichte angepasst. Nach der Zuweisung der Gewichte wird für jedes Folgeneuron, also in der ersten Schicht nach der Eingabeschicht, wird eine gewichtete Summe berechnet. Die gewichtete Summe, dafür gibt es eine Formel. Es gibt einmal ein B, das steht für Bias. Und das ist auch ein zufälliger Wert, der zuerst initialisiert wird und mit der Zeit angepasst wird. Jedes der Eingabeparameter, in dem Fall 0,1, wird also mit dem Gewicht multipliziert. Also 0,1 mal minus 0,4. Das passiert für jedes der Eingabeneuronen. Und die jeweiligen Werte, die da rauskommen, werden insgesamt dann addiert. Dafür steht dann diese Formel. Und wenn das berechnet worden ist, wird der Bias noch hinzugefügt. Nachdem hier der komplette Term berechnet worden ist, durchwandert es eine Aktivierungsfunktion und dann kommt hinten wieder eine Zahl raus. Das heißt, all diese Eingabeparameter, die berechnet werden, laufen durch eine Funktion und nach der Funktion kommt wieder eine Zahl raus. Und diese Zahl ist als Eingabewert für die nächste Schicht vorgesehen. Was bedeuten diese Gewichte und diese Zahlen? Im Prinzip funktioniert das genauso wie bei einem menschlichen Gehirn. Je mehr ich beispielsweise Klavier übe und meine Finger trainiere und Notenlesen trainiere, je öfter ich übe, desto stärker werden bestimmte Neuronen und Verbindungen zwischen bestimmten Neuronen ausgebildet. Das heißt, sie werden verstärkt, mehr Signale werden dorthin gesendet. Und das ist das Lernen, das ist der Lernprozess. Und genauso funktioniert das hier. Der Lernprozess hier verändert die Gewichte, je nachdem, worauf ich mein Lernmodell trainiere. Also wenn ich das nächste Wort aus einer Sequenz von gegebenen Wörtern voraussagen will, dann trainiere ich das Modell und es lernt mit der Zeit, welche Wörter statistisch gesehen auf eine bestimmte Wortsequenz voll. Und der gesamte Lernprozess eines neuronalen Netzwerks basiert im Prinzip nur darauf, diese Gewichte zu verändern, sodass ein gewünschter Ausgang hervorkommt und der BIAS. Das heißt, die Lernparameter sind Gewichte und dieser BIAS-Wert. Und mehr ist das gar nicht. Wenn ich also sage, ein Falcon Large Language Modell hat 180 Milliarden Parameter, bedeutet das, es hat 180 Milliarden Gewichte oder Weights auf Englisch und den BIAS-Werten. In dem einfachen Beispiel für diesen einen Neuron habe ich also eins, zwei, drei, vier Werte oder vier Parameter, die ich verändern kann, damit das neuronale Netzwerk lernen kann. So, jetzt kann man sich vorstellen, 180 Milliarden solcher Parameter, was das für Ressourcen benötigt, wenn ich all diese Parameter während der Lernphase ändere und gucke, was für ein Ausgang herauskommt und vergleiche das mit dem gewünschten Ausgang und merke, okay, das passt noch nicht, also muss ich in der nächsten Lernphase die Gewichte wieder anpassen und wieder, wieder, wieder. Das nennt man Epochen, übrigens Lernepochen, wo die Gewichte immer angepasst werden. Und so kommt mit der Zeit das gewünschte Ergebnis raus, nachdem ein Large Language Modell trainiert worden ist. Und daraus ergeben sich einige Schlussfolgerungen. Man merkt daran auch, warum man zum Beispiel Grafikkarten oder so viele Grafikkarten benötigt, um diese Large Language Modelle zu trainieren, weil alle Fließkommar-Operationen in den Grafikkernen ausgeführt werden, sehr viel schneller als in der CPU. Deswegen braucht man sehr viele Grafikkarten, um große Modelle zu trainieren. Deswegen ist es auch sehr, 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 sehr teuer, um ein Large Language Modell von Scratch aufzutrainieren. Man sagt, dass das Chat-GPT ungefähr zwei, drei Monate trainiert worden ist mit tausenden von GPUs. Und da kann man sich schon hochrechnen, allein von der Stromrechnung, was da zusammenkommt, mal völlig abgesehen von den Hardware-Ressourcen an sich. Und mehr ist mit den Parametern nicht gemeint. Man kann daraus schließen, dass je mehr Parameter ein Large Language Modell hat, umso komplexere Use Cases, komplexere Probleme kann ich mit lösen. Es ist aber nicht immer notwendig, so große Modelle laufen zu lassen, denn selbst wenn ich es schon trainiert habe und es einfach nur verwenden will, brauchen diese Large Language Modelle mit höheren Parameterzahlen wesentlich mehr Ressourcen als kleinere Modelle. Schauen wir uns mal ein paar Herausforderungen an. die direkt proportional sind zu der Menge der Parameter. Wenn ich ein komplexes Modell habe, dann ist das Modell komplex und entsprechend auch schwer interpretierbar. Ein Problem, was daraus noch erfolgt, ist das Overfitting, also die Überanpassung, was bedeutet, dass das Modell sehr stark von seinen Trainingsdaten abhängig ist. Ich trainiere ja ein Modell, um, wenn es fertig ist, Ergebnisse zu erzielen, die es auf unvorhergesehene oder ungesehene Daten dann anwendet. Und wenn ein Modell overfitted ist, bedeutet es, dass es sehr stark nur zusammenhängt mit den Trainingsdaten und auf neue Daten, die er sieht, schlecht reagiert oder schlechte Ergebnisse liefert. Wenn ich also ein Modell mit vielen Parametern habe und möchte Overfitting verhindern, muss ich auf der anderen Seite viel, 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 viel mehr Daten haben, damit dieses Overfitting nicht passiert. Der Rechenaufwand ist völlig klar, mehr Parameter erfordern viel mehr Rechenleistung beim Training und wie ich schon eben sagte, mehr Parameter erfordern auch mehr Trainingsdaten, damit es besser generalisieren kann und nicht überangepasst ist an seine Trainingsdaten. Des Weiteren, worauf ich achten muss, ist der BIAS. Dieses Wort BIAS ist jetzt was anderes als der Parameter, den wir eben gesehen haben, sondern BIAS heißt auch, dass ein Modell sehr die Eigenschaften der Trainingsdaten übernimmt. Mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich ein Large-English-Modell nur auf, sage ich mal, religiösen Texten trainiert hätte und ich frage ihn, er soll mir einen neuen Text generieren, einen Marketing-Text für meine Landingpage, dann werden dort sehr viele biblische Begriffe auftauchen und sehr blumig vermutlich formuliert werden, weil seine Trainingsdaten bestimmte Eigenschaften hatten. Das nennt man BIAS. BIAS können kulturelle Unterschiede sein, Ausdrucksweisen und so weiter und so fort. Oder noch ein Beispiel, wenn es sehr viele rechtsextreme Texte gelesen hat, dann wird auch bei der Generierung, werden dort mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch rechtsextreme Begriffe auftauchen. Deswegen muss man auch bei der Datenauswahl und Training eines solchen Large-English-Modells sehr darauf achten, dass die Daten möglichst gut oder möglichst breit gefächert sind, um BIAS hier zu verhindern. Ich hoffe, ich konnte relativ einfach erklären, was diese Modellparameter bedeuten. So, wenn Sie das nächste Mal hören, ein Modell hat so und so viele Milliarden Parameter, dass es vielleicht ein bisschen besser einordnen können. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.